Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Mächtigste im ganzen Land? Ihr denkt, dass dies nur ein Märchen wäre. Aber glaubt mir, es ist viel, viel mehr. Ihr werdet trainieren. Ihr werdet euch stellen. Ihr werdet meine Huntsmen. Die Kraft des Spiegels. Nur der, er ringt, der im Krieg zweier Mächte den anderen bezwingt. Wer immer den Spiegel bekommt, wird unbesiegbar sein. Ein liebendes Paar. Trotz deiner bösen Königin. Deren Macht zweimal mehr ist, als die Welt je gesehen. Wir haben viel zu tun, kleine Schwester. Die Menschen haben vergessen, was es heißt, Angst zu haben. Wir werden es ihnen wieder lehren. Gute Entscheidung. Schieß nicht vorbei. Ich schieß nie vorbei. Hallo, Hans Men. Ich habe dich vermisst. Was willst du tun? Es mit den zwei bösen Schwestern und ihrer ganzen Armee aufnehmen? Ja, so in etwa. Ja. Hallo, Hans. Untertitelung des ZDF, 2020